Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie im Internet Explorer 8 die sogenannten Tracking-Cookies abschalten können bzw. Ihre Einstellungen dahingehend überprüfen können. Ein Grundlagenvideo zum Thema Tracking-Cookies ist bereits online, insoweit, das am besten kurz noch vorher anschauen, wenn Sie jetzt nicht wissen, was Tracking-Cookies überhaupt sind. Wir sind im Internet Explorer, wir klicken auf Extras, dann haben wir hier unten den Eintrag Internetoptionen und da haben wir hier in den Karteireitern den Karteireiter Datenschutz. Da klicken wir drauf. Dann haben wir hier den Button erweitert, da klicken wir ebenfalls drauf und je nachdem, welche Einstellungen wir haben, müssen wir, um Tracking-Cookies abzuschalten, erstmal automatische Cookie-Behandlung aufheben anwählen, dann Cookies von Erstanbietern, das können wir angenommen lassen oder auf Annehmen stehen lassen und Cookies von Drittanbietern, das wären dem üblichen Sprachgebrauch nach die sogenannten Tracking-Cookies, die wählen wir als geblockt an. Am Ende OK, OK und OK, OK.